Musik In unserer Reihe Hits des Mittelalters zu Weihnachten kommt jetzt für euch Quem am O Magen da Virgen ein echtes Weihnachtslied des Mittelalters gespielt von meinen mittelalten Kollegen viel Spaß Musik 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 Wie ist das eigentlich so für dich? Bei den Rockshows Du stehst ja gar nicht bei mir Das stimmt Das muss ich auch immer ein bisschen weinen innerlich Warum? Weil es erstens da hinten halt auf jeden Fall gemütlicher ist Das stimmt Und da vorne ist man immer so in Gefahr Irgendwelche Bordoune an den Kopf zu kriegen Das ist das lange Ding hinten am Elsie dran Der dann immer so sich auf der Bühne rumdreht Ja und meistens... Nee ich bin dann eher so lieber dann so im Backline bei dir Hier so? Genau Und dann gehöre ich nämlich auch zur Backline Weil da die coolen Jungs sind Backline sind die cool people Und da ich so ein komischer Zwitter bin Ab und zu Frontline und ab und zu Backline Jeder andere hat irgendwie eine Position Die er immer haben darf Aber nee ich... Du bist halt der Neue Ja Der Neue seit 5 Jahren Ja Der Neue Ja Also ähm... Das heißt du freust dich auf die Weihnachtsmerkende? Natürlich Wie mag ich am liebsten? Vor allem weil es da immer warm ist Frohe Weihnachten Ich natürlich überhaupt mehr Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss dich memor